Nein, nein, so lau Los geht's, wir graben jetzt hier Wart aus, ich bleib gespannt Ja Pinpointer läuft Ja 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 Das ist Ja, das haben wir schon Die Kette hatten wir schon Ja, ungefähr so an so einem halben Jahr beim Sondeln mal gefunden Und wir hatten uns gedacht, wir machen jetzt mal so eine Aktion draus, ein neues Video Und graben die mal aus und transportieren die, ja, nach Hause Und das haben wir auch gemacht, es handelt sich tatsächlich um eine Kette von einem Kran Wir wissen nicht genau, wie sie da hingekommen ist Aber, ja, wenn euch das Video bis dahin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da Und, ja, folgt für mehr Ja Ich muss das alles gut gesehen haben, aber Also Das haben wir ja gar nicht gesehen Was ist das? Das ist eine Manchette Das ist eine Manchette Da müsste irgendwas drauf stehen Das Ding in der Mitte ist am zu ernsten Schau mal zum Laub rein Äh So gehe ich nicht mal Ja, ich Oh So nachher noch mehr rein und das Ding umguckt. Das sieht echt cool aus. So richtig bin ich schnell. Das ist einfach passiert. Neuer Sportler. Das ist einfach passiert. Ja, das war, ich habe. Das ist einfach passiert. Das ist einfach passiert. Das sind einfach aus dem Weg. So. Und jetzt geht es einfach wirklich böse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Leute, jetzt probieren wir die Bahn hochzuheben. Ja, wir müssen ganz schnell... Hier? Ja, fast! Hat gar nicht so gekracht oder so. Ja, fast! Welches Tempo ist hier? Ja, 30! Okay, Tempo 30! Strap sind brutal. Ja, da rüber! Kann man gleich den Weg? Gehen über Peer passieren lassen? Den noch passieren lassen? Den noch! Da hinten! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Nein! Das machst du jetzt nicht! Bling! 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 Und ab geht die Post! Guck! sehr schön leute also kette ist angekommen abgeliefert bringen wir zum metallhändler money 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 und wir haben uns überlegt diese wanne war doch so ja ja die rösten wir auf zu einem fern gesteuerten auto wo man mit sachen transportieren kann zum sondeln unter anderem oder auch irgendwelche projekte so offroad mäßig und beim sondeln stelle ich mir das super getrillt vor also ich fahre mit der fernbedienung also sitze mit der fernbedienung fahre und der karlsson sondelt einfach währenddessen total entspannt da könnte man auch so eine kamera und dann würde ich sagen da war es das jetzt mit dem video lasst gerne ein abo da like das video wenn es euch gefallen hat und schreibt in die kommentare was wir von wie heute listen lodi halt und sollte werden noch was vergessen ganz wichtig natürlich schaut auch gern bei instagram vorbei wir wollen die 100 abonnenten voll machen natürlich auch auf youtube jetzt erstmal auf instagram oben im kanal banner verlinkt ok tschüssikowski abonnenten abonnenten